Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1 Hallo Margit, kannst du mir bitte die E-Mail-Adresse von Frau Gruber geben? Ich kann sie nicht mehr finden. Warte mal, ich habe sie irgendwo auf meinem Computer. Ach ja, hier ist sie, andrea.gruber.gmail.com Danke, ich muss ihr heute unsere neue Preisliste schicken. Nummer 1 Hallo Margit, kannst du mir bitte die E-Mail-Adresse von Frau Gruber geben? Ich kann sie nicht mehr finden. Warte mal, ich habe sie irgendwo auf meinem Computer. Ach ja, hier ist sie, andrea.gruber.gmail.com Danke, ich muss ihr heute unsere neue Preisliste schicken. Nummer 2 Hallo Beate Hallo Kerstin, wollen wir schnell einen Kaffee trinken? Ich habe jetzt keine Zeit. Ich habe in 10 Minuten eine Besprechung. Kannst du morgen um 10 Uhr? Ja, gerne. In der Cafeteria? Ja, genau. Ich muss jetzt wirklich gehen. Bis morgen. Nummer 2 Ursula Was soll ich aus dem Supermarkt mitbringen? Also, wir haben kein Brot und keinen Salat. Okay, Brot und Salat. Auch Milch? Nein, Milch haben wir noch. Aber vielleicht ein paar Tomaten und Paprika. Aber bitte rote Paprika. Keine grüne oder gelbe Paprika. Alles klar, dann gehe ich jetzt. Nummer 3 Ursula Haben Sie schon gewählt? Noch nicht. Was ist das Tagesgericht? Wir haben eine Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Ich bin Vegetarierin. Haben Sie etwas ohne Fleisch? Dann empfehle ich Ihnen unser Omelett mit Käse und Pilzen. Gut, ich nehme das Omelett. Nummer 4 Haben Sie schon gewählt? Noch nicht. Was ist das Tagesgericht? Wir haben eine Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Ich bin Vegetarierin. Ich bin Vegetarierin. Haben Sie etwas ohne Fleisch? Dann empfehle ich Ihnen unser Omelett mit Käse und Pilzen. Gut, ich nehme das Omelett. Nummer 5 Guten Tag. Ich möchte ein Kinderbuch für meine Tochter kaufen. Wie alt ist Ihre Tochter? Sechs Jahre. Dann kann sie schon lesen? Ja, sie lernt das gerade. Und was für ein Buch möchten Sie? Was mag sie denn? Also, mein Sohn mag Autos. Das ist einfach. Meine Tochter findet Haustiere toll. Katzen oder Hunde. Nummer 5 Guten Tag. Ich möchte ein Kinderbuch für meine Tochter kaufen. Wie alt ist Ihre Tochter? Sechs Jahre. Dann kann sie schon lesen? Ja, sie lernt das gerade. Und was für ein Buch möchten Sie? Was mag sie denn? Also, mein Sohn mag Autos. Das ist einfach. Meine Tochter findet Haustiere toll. Katzen oder Hunde. Nummer 6 Wohin fährst du diesen Sommer? Ich weiß es noch nicht. Weißt du das schon? Ja, ich will diesen Sommer nach Australien fliegen. Australien? Das ist aber weit weg. Ja, ich habe dort einen guten Freund. Der studiert an der Universität von Sydney. Wir wollen dort ein Auto mieten und durch Australien fahren. Nummer 6 Wohin fährst du diesen Sommer? Ich weiß es noch nicht. Weißt du das schon? Ja, ich will diesen Sommer nach Australien fliegen. Australien? Das ist aber weit weg. Ja, ich habe dort einen guten Freund. Der studiert an der Universität von Sydney. Wir wollen dort ein Auto mieten und durch Australien fahren. Übungstest für die Prüfung Startdeutsch 1 Hören Teil 2 Kreuzen Sie an. Ist die Aussage richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Nummer 7 Liebe Fahrgäste, wegen Reparaturarbeiten fährt die U-Bahn-Linie 1 heute nur bis zum Schlesischen Tor. Passagiere zur Warschauer Straße können am Schlesischen Tor die Buslinie 23 nehmen. Nummer 8 Liebe Fahrgäste, in unserem Zugrestaurant bieten wir Ihnen warme und kalte Speisen, Brötchen, Kuchen, Erfrischungsgetränke und vieles andere. Wir erwarten Sie im Wagen 52. Nummer 9 Liebe Kunden, diese Woche haben wir neue Sonderangebote. Sie bekommen unsere Damen- und Herrenschuhe bis zu 50% billiger. Besuchen Sie unsere Schuhabteilung und kaufen Sie zum halben Preis ein. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nummer 10 Nummer 10 Übungstest für die Prüfung Startdeutsch 1 Hören Teil 3 Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11 Hallo Margit, Bettina hier. Du, ich möchte dich etwas fragen. Kannst du mir die Adresse dieser Website für Computerreparatur schicken? Mein Computer geht schon wieder nicht und ich brauche eine schnelle Reparatur. Danke. Ciao. Nummer 11 Nummer 12 Hallo Dietmar, Laura hier. Du, ich habe zwei Konzertkarten für Samstagabend. Kommst du mit? Das Konzert fängt um halb neun an. Wir können zuerst zusammen etwas essen und dann ins Konzert gehen. Was meinst du? Ruf mich mal an. Tschüss. Nummer 12 Nummer 13 Guten Tag, Sie sind mit der Zahnarztpraxis Lenart verbunden. Unsere Praxis ist vom 12. April bis zum 18. April geschlossen. Am 19. April haben wir ab 9 Uhr wieder geöffnet. Nummer 13 Guten Tag, Herr Brenner, Sie können Ihr Auto morgen zwischen 9 und 18 Uhr abholen. Nummer 15 Guten Tag, Herr Brenner, Sie können Ihr Auto morgen zwischen 9 und 18 Uhr abholen. Heute haben wir nur bis 13 Uhr geöffnet. Auf Wiederhören. Nummer 15 Hallo Karl, hier ist Peter. Ich kann heute Abend leider nicht zu dir kommen. Schade. Ich habe Fieber und Halsschmerzen. Hoffentlich geht es mir morgen wieder besser. Ich rufe dich morgen nochmal an. Tschüss. Nummer 15 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.